Du müsstest sehen, was an der Whitechapel Station auf dich wartet. Nigel will alles wieder gut machen. Er hat ein Geschenk für dich. Oi, Mr. Frye! Sehen Sie sich das an! Ist sie nicht wunderschön? Oh, gut gemacht, Nigel. Von der Gang auf der anderen Seite der Stadt. Hab alle abgefüllt und sie geklaut, als sie schliefen. Hier, Sir, ich zeig's Ihnen. Sie klemmt. Oh, scheiße. Weg! Oh, scheiße. Achtung, Mr. Frye! Die haben uns gleich! 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 Die haben uns gleich!